So, hier nochmal die 100. T1 an TU4 ist immer noch aktuell. Im TU5 ist einer, im Main Tower ist wahrscheinlich auch einer. Ah, und zur Information an TU3 ist auch ein Tango, komm. Checkt und markieren Sie den mal. Ist schon markiert, 140 enter. Gut. Hier nochmal die 130 von Anlassleilung. Hört sich, komm. Ja, also am Gankman-Stecken haben wir kurzzeitig fünf Leute gesehen, ne? Also müssen schon ein paar mehr sein, ne? Ja, ist mir bekannt. Okay, gut. 130 und 140, ich hoffe Sie haben das noch mit, 130 smoke gleich Richtung Main-Angang, 140 Richtung TU5. Und die 110 und 120 werden dann das Gebiet sichern, beziehungsweise den Main Tower sprengen. 100 Ende. Einmal... Kannst dich gleich mal an dem anderen Strider orientieren, dass du dich... ...schräg versetzt zu ihm stellst und genau in die andere Richtung schaust, dass wir dann smaken können. Also rein jetzt, ne? Ja, richtig. Fahr mal jetzt hier rechts rein in die Bank, ans Entbotenkreis. Ja, die nächste rechts ist... Kannst auch mit der Welt einfahren. Einmal querfeldein, weil wir müssen jetzt gleich dahin, wenn es los geht. 140, sie brauchen noch nicht anfahren, die 130 ist noch nicht da. Sniper Squad für 150, komm. Hört sich, komm. Die kleinen Felder, die gespottet werden sollen, sind soweit frei, wir nehmen uns nun das große Ankommen. Kannst Fahrrad rechts fahren, komm. 150 Ende. So, dann jetzt die 140, 110, 120, 130, alle in 50 Meter Umkreis um den Main Tower erstmal fahren, dass sie gleich gleichzeitig zugreifen können. Ja, wir werden da wahrscheinlich gleich einen Beschuss reinbekommen, deshalb würde ich schnell zugreifen wollen, komm. Ja, jetzt sind auch alle da, dann fahren die Strider jetzt an und smaken, Hunter ranfahren. Du fährst jetzt, du fährst jetzt schön, schön, äh, das Sniper Squad möglichst schnell in Position gehen, dass sie den Main Eingang beschließen können und den Main Tower. Rechts, 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 rechts. 150, fahren Sie bitte auch nochmal nach vorne ran und versuchen Sie über E3 einzusteigen in das ganze Gelände. Und jetzt hältst du dich zum, so diesen Länge Eingang. So verstanden, eine Trennung Snipers quasi, das Sniper Squad wurde damit abgebrochen, kommen. Ja, check, ist klar. So ein, ähm, Trennung, da die 120 jetzt anscheinend gerade tanken muss, fährt die 150 mit den Main Eingang. Komm. Fahr nochmal, dre dich nochmal um, schon, dass wir nicht hier stehen jetzt. So verstanden, komm. Weiter fahren, weiter fahren, in Bewegung bleiben. Ja, wer fällt zur Info, äh, die Ghostog ist nicht besetzt am Eingang. Also da kommt keiner. Geh, smoke, 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 smoke. Ne, 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 hier ist doch gar keiner. Main Tower, dinge. Fahr mal weg, fahr mal weg, geht's hier wieder, kurz. Ja, hier ist keiner zum Pushen, weißt du. Ich bin tot. Ja, richtig. Gut, frage, soll die 150 mit den Main Towers stürmen? Fahr jetzt mal schon wieder weg hier. Der wird nicht gestürmt, 130, 140 fahren Sie jetzt in den, an die Füße des Main Towers und setzen Sie die Smokes, so dass Sie den TOU5 für die 140 und den Main Eingang. Für den 130 wächst man auch nicht. Dann stehen wir aufs Leben. Ito. Ich komm aber zurück. Komm aber zurück in Schacht vor diesem komischen Gebäude. Ich bin fast tot, ich hab nur 20 Prozent. wir warten auf sie wir wurden alle fast raus geschossen wir müssen uns gut heilen immer auf den passagiersitz bitte macht das ja ich wusste mich da mal neu aus ich bin dann so lange ich habe ihn das noch mal markiert wie sie da sollen ja gut dann fahren sie an und smogen los hast du noch ein smog ja habe ich aber ich weiß nicht wir haben zu 5 ist gut abgesmogt jetzt hier noch ein hin alles raus main angang ist naja versuchen sie noch mal in main eingang besser abzuspoken wer fällt gehen sie ran mit den claim aus der main eingang muss noch mal gesmogt werden gut main eingang ist gesmogt die u1 ist jetzt besetzt die u4 ist auch besetzt mit zwei tangos er will toto nene das ist noch weiter rechts hier die berge abgucken hier steht ja schon strahl abziehen alle abziehen claim aus liegen weil ich sehen ja so rumst 120 hier 100 komm ich bin schon nicht kaputt wird kommen ja sie fahren jetzt an eingang drei ran und stürmen die bank der suicide spot geht durch den main eingang an die bank denken sie an tu1 und tu4 wo leute sind komm zur information einer läuft gerade ein tag noch vom mentor runter der der explosion überlebt check wer hat noch einer noch einer noch fahr mal hier weiter erst mal ich denke mal so können wir gar nichts ausrichten wir haben immer noch ein tango auf dem zerstörten tower liegen die bei der zweiten platte wo man auf der treppe so reinkommt also treppe zweites plateau zwei schrecklich sehen dann mal kurz jetzt ein stück geht ganz runter treppe ok der werfeld steht wieder gut ist wieder erste plateau die u1 schießt tango ist tot kollege wurde aber auch getötet check das war von tu1 sniper squad von einem 100 kommen als sie kommen stecken sie mal ein von sich in das auto und fahren sie noch mal auf dem sniper bag 1 dass sie nicht beide von derselben position aus nichts sehen kommen ja check wir haben gerade eben noch kurz versucht uns auf die anderen themen zu konzentrieren kommen check 100 ende 100 250 kommt hört sie kommen dürfte braun an dem tower an dem wir gerade stehen aussteigen und auch dort hingehen kommen negativ sie sehen zu wenig wird jetzt gleich lieber einen zugriff machen bei der ganzen bank einmal stand bei alle streifen sieht jetzt so aktuell nicht so aus und da weiß ich ja ich glaube ja da ist einer längst von der 100 kommt hört ist da jemand drinnen tu 3 check 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 den 120 passen sie da bloß auf der ist in tu3 drin willkommen bei youtube gut wir warten jetzt darauf dass die 150 tankt und danach werden wir die bank stürmen ja da ist er ja der linke seite 120 checken sie mal turm 2 ab jetzt sollte ich mal hier irgendwo ablassen und dann vielleicht kannst du ihn ne ne bringt nix ne turm 2 4 check ah schwierig ne ja 120 dann fahren sie mal zu mir zum main eingang und bieten sie mal den turm 1 den kann ich hier dann relativ gut beschießen hier links von uns läuft doch einer open field 2 stehen doch hier zwei verkaufen fahren sie einfach mal an den schranken vorbei vorne machen sie da ein bisschen radau ja fest anscheinend nicht trotzdem danke 100 150 kommen sind wieder voll und einsatzbereit komm das ist jetzt mal wieder reingehen dass ich frage an die strider habt ihr noch smokes kommt 130 negativ und natürlich die frage ist auch mal jemand angewandt hinlegen oder sie flüchten können und dann wird sich noch einmal ist nicht check gut die musik wird der main eingang smoken so dass tu1 nicht schießen kann dann wird 140 mit wehrfeld zusammen den main eingang stürmt achten sie auf tu1 und tu4 die 150 wird sich über e3 wird die schranke aufmachen und mit dem hunter rein fahren denken sie dabei an tu3 und die 120 wird über e4 reingehen haben das alles schnell verstanden angefangen bei der 120 komm 120 so verstanden komm 130 bittet um wiederholung für uns komm ja check die 130 geht zusammen mit der 150 in e4 rein komm also e4 check komm das wird eklig dann jetzt ausführung ja check dann lass mal jetzt rum ne ich hab angst um diesen scheiß alle hier von 140 kommen ding ist halt links ist ein tausender so wie es morgen reingehen komm positiv komm check machen wir 140 oder 20 sie haben den tango t4 markiert was ist das problem dass sie schranken dass ich auch ein tamor ist gerade auch das haus nord reingelaufen samspotende an die streifen am e4 die beiden tower links und rechts von uns sind besetzt und ein tower ist auch noch da sitzt auch noch einer drunter 130 ende aber wir werden ein gerät versuche jetzt zu ziehen dann fahren wir da aus 1 da dürfen wir nicht durch unsere streifen zu am e4 stoppen sie das fahrzeug fahrzeug frost von der 100 blitzkopf zu kriegen ja sie kommt nagelband am main eingangs legen komm ich wills ja willst du wissen machen ey nagelband legt ist halt scheiß ich würde nie mit so einem scheiß striler fahren ist halt so jawoll mit der Kaliber 50 knall da hier rein 130 kommt der down